Hey, ich wollte dich gerade anrufen. Hey, wo hast du gesteckt? Ich hab es nur kurz Erdem erklärt, hab den Koffer gepackt und bin hergekommen. Was für ein Koffer? Wir bleiben eine Nacht. Darf ich jetzt nicht mal mehr einen Vlog aufnehmen, während ich in Iverluck bin? Alles okay bei dir? Ja, komm, fahr los. Aber ich will alles wissen, einfach alles. Wer ist der Typ, was macht er und was sind seine Methoden? Ja, los jetzt. Oh, scheiße. Toll. Wollt ihr mich etwa verarschen? Wohin? Iverluck. Wir fahren nach Iverluck. Komm doch mit, Süße. Sefki, steig bitte aus. Geht nicht, tut mir leid. Lass uns fahren. Wir reden heute Abend, ja? Also, ciao. Könnt ihr mir mal verraten, was ihr in Iverluck wollt? Was schon? Raki, Fisch, ein Iverluck-Dreier. Leila! Das ist ja gut. Sefki, kannst du bitte ausrufen? Lass uns steigen. Ada, Sefki, geh los. Komm mit uns oder geh aus dem Weg. Aber ich muss dahin, das steht fest. Also, bitte.